Da sind wir wieder. Direkt hier aus der Lanxess-Arena. Achso, und ein gesundes, erfolgreiches, neues Jahr für alle meine Unterstützer. Vielen Dank. Und ja, der Fenchel-Führer ist auch noch da. Also in der Türkei. Obwohl seit Ewigkeiten ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Und mittlerweile auch alle wissen, wo genau er sich aufhält. Spätestens seit Stern TV ihn im Oktober gefunden hat. Herr Heldmann, warum verbreiten Sie in den Wald einen Antisemitismus und Hass im Netz? Statt verhaftet und ausgeliefert zu werden, ist Attila aber immer noch auf freiem Fuß. Und er hat sich ein neues Hobby zugelegt. Erdogan-Propaganda. Ich sehe einen Präsidenten, der sein Land durch wahrscheinlich die schwerste Krise in der Weltgeschichte manövriert hat. Also er spart mir dieses Rumgebäsche gegen Erdogan. Die Frage ist nur, warum tut er das? Äh, die Journalistin Tina Kaiser hat da eine Theorie. Sie war im Oktober mit in der Türkei. Und sie beschäftigt sich noch mehr mit Attila Heldmann als wir. Das kann doch gar nicht gesund sein. Was ist denn dann ihre Strategie, damit klarzukommen? Wie Attila jetzt sogar Werbung für Impfstoff macht und warum Attila vielleicht sogar einen Deal mit Erdogan hat. Jetzt. Attila Heldmann. Der Staffelstarter unseres Vertrauens. Seit seinem Haftbefehl war der ja eher im Untergrund unterwegs. Und ziemlich darauf bedacht, nicht zu verraten, wo er genau steckt. Eigentlich kennt hier niemand meinen Standort. Da achte ich auch drauf. Ich geh aus dem Haus. Ja, das waren die Originalpausen, die er gemacht hat. Und damit löst Attila endlich das Contentversprechen ein, dass Disneys große Pause niemals halten konnte. Nur, dass Walt Disney kein riesen Antisemit war. Oder? Zusammen mit Hobbydetektiven, die sich selbst Hildbusters nennen, hat Stern TV ihn dann aber aufgespürt. Und Attila hat direkt wieder höhere Mächte verdächtigt. Ihr müsst eine Sache begreifen. Geheimdienst und BRD-Presse arbeitet zusammen. Das ist ein Brei. Das ist eine Suppe. Was? Der BND arbeitet mit den deutschen Medien zusammen? Und die Zusammenarbeit ist überraschender als gedacht. Attila ist also entdeckt. Ihm ist dann auch direkt ein bisschen in die Düse gegangen. Ich werde Schutzmaßnahmen einleiten. Hier sind auch diverse Stellen informiert. Und hier haben die nichts zu melden. Hm, wir haben diese Schutzmaßnahmen denn wohl ausgesehen. Gut, hier sein großdeutsches Kleinod in der Türkei. Und was für Schutzmaßnahmen? Ah, eine sehr gute Schutzmaßnahme. Bei der Verfolgungsjagd. Mit dabei Stern-Reporterin Tina Kaiser. Sie hat es geschafft, ihn gefunden. Und Attila direkt vor Ort erlebt. Ich würde sagen, er wirkte wie ein einsamer Mann, der zu lange alleine wohnt und zu viel Zeit unbeabsichtigt im Internet verbringt. Gut, er lebt also versteckt in der Türkei. Ja, aber auch nein. Denn kurz darauf gab es dann eine komplette Wende bei Attila. Statt sich in eine andere Stadt abzusetzen, ist er einfach da geblieben. Und gibt sich seitdem betont entspannt. Da seht ihr es da oben. Da kann man bald Skifahren. Jetzt regnet es ein bisschen. Aber bald mache ich euch mal einen kleinen Bericht da von der Skipiste. Wir laufen hier gerade unsere Nachmittagsrunde. Akira, ne? Und die Bild titelte 9% Übersterblichkeit im BRD Gulag. Wilder Ritt den Attila dahin legt. Erst Skifahren und schön den Alltag beschreiben, dann rumschwurbeln. Was für eine bizarre Kombination. Ich fühle mich gut. Ich bin genug. Umarmt eure innere Heiligkeit. Und vergesst nicht. Bill Gates will eure Kinder töten. Danach trinkt ihr das Blut. Namaste. Die Frage ist nur, warum kann Attila Hildmann in der Türkei weiter rumschwurbeln? Immerhin wird er international gesucht. Und laut Recherchen vom Stern ist er auch kein türkischer Staatsbürger. Er könnte also einfach ausgeliefert werden. Wird er das? Er nicht. Guten Abend. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich. Aber abgesehen davon, hey Attila, so viel Stress jetzt wegen dem Sternenbesuch. Hättest du, den hättest du doch was anderes erzählen können. Herr Hildmann, warum verbreiten sie dann weiter Antisemitismus und Hass im Netz? Ich bin der Armin Hildmann. Der Adi ist mein Cousin. Zu glauben, das ist die Wahrheit. Also, der ist mein Cousin. Cousin. Ich mach hier Cluburlaub. Von der 300 Euro Energiepauschale habe ich mir hier zwei Wochen All-Inclusive-Cluburlaub Deluxe gegönnt. Lass du mal ein Abo da. Ach so, dann als Abo. Ja, drei Videos die Woche. Das ist ja täglich. Mhm, täglich. Also Abo. Eine Sache ist schon ein bisschen auffällig. Seitdem Attila in Katepe gefunden wurde, spricht er erstaunlich positiv über seine Türkei. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von über 11 Prozent, während Deutschland wirtschaftlich zerstört wird. Eine volkswirtschaftliche Analyse, so wasserdicht wie das Aquarium im Red is in Blue. Und auch vom türkischen Präsidenten Erdogan scheint Attila mittlerweile größter Fan zu sein. Erdogan ist der Garant dafür. Ein ehrenwerter Präsident, der Türkei zu alter Stärke und wahrscheinlich noch größerer Stärke führt, als diese Nation jemals hatte. Seine frisch entfachte Liebe für die Türkei und Erdogan geht sogar so weit, dass er mittlerweile so was hier schreibt. Wir haben keine Impfopfer. Türki hat einen ganz eigenen Impfstoff. Türkovax. Zwinkersmani. Ja, Attila macht Werbung für den türkischen Impfstoff. Für nen Impfstoff. Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Attilas Türkei-Euphorie wirkt ein bisschen gespielt. Laut der Stern-Recherche hatte Attila zuvor eine ganz andere Meinung über Erdogan. Hier ein Ausschnitt aus einem privaten Chat. Das ganze Volk wird geknechtet. Alle verarmen. Schließen Läden. 20% Inflation. Jetzt Impftote. Und er ist stolz, dass er sich hat dreimal spritzen lassen. Bald dann viertes Mal. Danach Geld scheffeln mit eigenem Impfstoff. Und jetzt plötzlich. Dieser Fangesang auf Erdogan? Tina Kaiser hat da eine Theorie. Es sieht stark danach aus, als hätte ihm irgendjemand gesagt bzw. das Gefühl gegeben, dass er einstweilen sicher ist, solange er Werbung für die Türkei und für den türkischen Präsidenten Erdogan macht. Beweise gibt es für diese Theorie nicht. Aber Attila könnte für Erdogan tatsächlich nützlich sein, weil… Die Partei von Erdogan, die AKP, schon seit langer Zeit gut darin ist, soziale Medien für ihren Wahlkampf zu nutzen. Und die vielleicht denken, der Hildmann hat ja immer noch 50.000 Follower ungefähr in Deutschland. Wenn der Werbung für die Türkei macht, dann schadet uns das vielleicht auch nicht. Aha, deswegen seine neue Begeisterung fürs Impfen. Hau dir die Scheiße rein. Und der schöne Claim, Impfsaft statt Abschiebehaft. Aber, ob Deal oder nicht, Attila scheint sich in der Türkei tatsächlich sicher zu fühlen. Wir haben euch deshalb gefragt, wie man ihn nach Deutschland zurücklocken könnte. Mit einer Kochshow auf Auf1 schlägt Korbi Deck SC vor. Und Kochen beim Schwurbelsender? Coole Idee? Was gibt's denn da? Königsberger Bekloppte? Haha. Entschuldigung. Und nochmal. Die genauen Motive hinter Attilas Erdogan-Werbung kennen wir nicht. Aber in der Türkei stehen dieses Jahr Wahlen an. Und Erdogan kann jede Hilfe gebrauchen. Vielleicht sogar die Hilfe von Attila Hildmann. Weil… Die anstehende Wahl, so viel ist klar, wird kein Selbstläufer für Erdogan. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der starke Mann steckt in einem nie dagewesenen Umfrage tief. Und Markus, was meinst du dazu? Philipp, ich bin einfach nur froh, dass wir wieder da sind und keine Ziegenbitze gemacht haben. Auf das Gemeckere, darüber hätte ich nämlich keinen Bock. Tja, was sagt ihr dazu, dass sich Attila jetzt offenbar sicher fühlt? Und was gibt's bei euch heute zum Abendessen? Etwa… BRD-Gulasch Ein gutes BRD-Gulasch gehört auf jeden Fall eins rein. Ein Abo bei Walulis Daily. Hier drücken. Und danach Gusto abschmeckt mit einem Like unter dem Video. Hier einfach weiter gucken. Und darunter gibt's von Crysis, wo deutsche Waffenexporte landen. Bon Appetit. Ein gutes BRD-Gula